Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Markus und ich bin froh, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ab morgen ist ja in NRW die Maskenpflicht. Und ich habe da was gesehen bei der Feuerwehr Lipertal. Die hat da ein schönes Video zugedreht, was passiert, wenn man Masken als Desinfektion in die Mikrowelle steckt. Also Masken mit Metallbügel. Schaut euch das Video an. Es ist kurz, aber sehr aussagekräftig. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Unterstützung der Feuerwehr Lipertal. Und wie gesagt, so schnell kann ein Brand entstehen. Wie gesagt, liebe Leute, ich freue mich über ein Abo. Drückt die Glocke und ihr bekommt neue, weitere Informationen über meine Videos. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich danke, euer Markus. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh.